Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur dritten Folge von Rollerdrome. Wir sind immer noch in der Auftaktrunde. Dort checken wir fest, weil wir noch sieben weitere Herausforderungen abschliessen müssen. Ja, also nur das Abschliessen des Levels bringt einen nicht ins Viertelfinale, sondern wir müssen noch einige von diesen Herausforderungen abschliessen. Das heißt, wir gehen im Houston Einkaufszentrum mal los, oder? Melancholy Flip an der Trickmarke. Ich weiß ja nicht, wie so ein Melancholy Flip geht. Während dem Nosegrind eintöten. Schließt in weniger als 2 Minuten 35 ab. Sind die bescheuert? Wie soll das gehen? Führe ein Safety Grab 540 an der Trickmarke aus. Führe von der Eingangsrampe ein Acet Drop mitten ins Geschehen aus. Und wie geht der Acet Drop? Ein 15 Mal Kombo? Und während eines Wall Rides. Das kann ich mir noch nicht alles merken. Was soll das denn gehen? Acet Drop. Ah, der Acet Drop. Okay, das ist das mit der linken Control-Taste. Okay. Dann machen wir das. Und rein da. Sag der Nächste. Zieht das auch als Kombo, oder? Nee, ne? Hier oben ist gar keiner. Shit. Okay. Ruckschuss ist super. Flores gestorben? Okay. Okay. Okay, das hat eher nix gebracht. Das hat auch nicht viel gebracht. Aber das? Keine Munition mehr. Oh, gar nix mehr. Mach mal so ein Nose-Crab. Das ist aber keine Herausforderung, ja? Ja. Zack, erledigt. So muss das sein. Weiter geht's. Der Nix erledigt. Sehr gut. Wieder ein Nose-Crime. Ich will aber doch nicht ein Nose-Crime machen. Okay. Front-Slide-Side. Wo ist denn der nächste Gegner? Weiß ich nicht. Wo sind die denn? Jetzt ist die Kombo-Bag. Hä? Irgendwo da hinten ist er. Aber... Hä? Ah, da oben. Okay. Gar nix gebracht. Komm, noch mal zurück. Perfekt. Jetzt kommt der Kollege mit dem Schild. Okay. Ja komm, fahr doch. Nicht so schwierig, oder? So, die Marke haben wir auch. Dann wieder zum Schild, Kollegen. Oh, mit der Pistole. War was halt so. Ach, wieder der Schild. Okay, ich muss wieder mal einen Trick machen gehen. Okay. Ähm, ich muss noch einen während einem Wall-Grind erledigen. Na. So, perfekt. Hoppala. Der nächste. Sehr gut. Und Wall-Grind. Wall-Ride. Sorry. Reddick. Super. Da ist, äh... Wieder der Schild, Kollege. Nein, keine Munition. Gut ausgerissen. Solche Minen muss ich ja, glaube ich, auch noch zerstören, oder? Okay. Ach, komm. Wo ist er? Ich seh nicht. Shit. Ja, okay. Machen wir's anders. Der ist weg. Der auch. Und wir haben einen während einem Wall-Ride erledigt. Der nächste. Come on. Ja, erledigt. Super. Okay, keine Munition mehr. Super. Hier seh ich... Ah, hier seh ich die Herausforderung. Ähm. Schieße fünf Minen ab. Schieße einen Safety-Grab an der Trick-Marke aus. Wo ist denn diese Trick-Marke überhaupt? Guck mal, das soll man sich auch noch einsammeln. Wenn ich denn den Sprung schaffen würde. Das hier muss ich auch noch nehmen. Wie komm ich denn da hin? Mit einem Wall-Ride? Ja. Ach, guck mal. Safety-Grab. Habe ich's geschafft? Nee, ne? Na egal. Wir machen erst mal den kaputt. Hier bringt nix mehr. Das bringt auch nichts. Dann gehen wir... Wir... Gucken wir mal... Ah, hier geht's nicht. Ich muss aber ne Runde machen hier. Warte mal. Und du mit deinen blöden Minen da. Komm mal ab hier. Ah... Also das Gebarrer ist, äh... Einweise, ein bisschen, äh... Nebensächlich. Was muss ich noch? Ähm... Sammle alle fünf Combo-Marken ein. Ja, die hier ist ja noch übrig, aber... Wie hole ich die denn? Druck-Schuss. Ja, äh... Was bringt mir das? Okay, komm jetzt. Habe ich's jetzt gemacht? Führe ein Safety-Grab an der Trick... Ah, das war kein 540. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Schon bald sechs Minuten bin ich dran. Du gibst da keine Bonuspunkte. Ist aber eigentlich auch egal. Oh, komm. Ach, mach doch das Ding kaputt. Ja, sehr gut. Und dann machen wir so. Warum... Warum ist er jetzt runtergesprungen? Ist er bescheuert? Und wieder ein Schild. Wow. Oh, noch nicht alle fünf Marken. Wo sind die letzte Combo-Marke? Wo ist die? Da oben. Gefunden. Das bringt mir halt rein gar nichts. Scheiß auf die Zeit. Ähm, ich will doch einfach nur das Ding da holen. Das ist alles, was ich gerne möchte. So, geht doch. Sammle alle fünf Combo-Marken ein. Jetzt muss ich noch den 540 an der... Da an der Markierung machen. Wie mache ich das am besten? Ja, ja, ja. Okay, jetzt hat er nicht gemacht, was ich wollte. Ist okay. So, komm jetzt. Das war ein Safety-Grab und nicht ein 540. Ah, Safety-Grab schon, aber nicht 540. Ach, scheiße, ey. Ah, dann muss ich es von der Seite aus machen. Okay. Jetzt habe ich doch ein 540 gemacht. Warum zählt das nicht? Führe ein Safety-Grab an der Trick-Marke aus. Ja, aber... Oh, shit, ich hätte ja eine neue Waffe noch gehabt. Ja, super. Gehen wir nochmal hoch. Scheiße mal auf die verbleibende... Oder vergangene Zeit. Ist ja jetzt wirklich egal. Ich bin ja wegen den Herausforderungen hier. So. Ja, geht doch. Herausforderungen abgeschlossen. Und dann erledigen wir da gleich den letzten Loch dazu. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Herausforderungen abgeschlossen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Denke aber schon. 4 Stück habe ich abgeschlossen. Das heißt, ich muss irgendwie noch 3 machen. Überbiete Lisa Regas persönliche Bestleistung von 290.000. Was habe ich jetzt geholt? 86.000 Aufzug wegen der Zeit. Okay. Ich mache es nochmal. Wegen den 5 Minen. Und jetzt gehe ich halt wirklich auf die Kills. Um so schnell wie möglich... Fertig zu sein. So. Nächste. Super. Okay. Der mit seinem blöden Schild, ey. Okay. Und wieder einer weniger. Tailgrab, Backflip. Sehr gut. Hier mal... Munition auffüllen. Das ist gut. Weg da. Das ist wunderbar. Low-Grind. Nützt das was? Nee. Okay. Da steht nur noch ein Schuss hier. Okay. Ah, ich habe gar keine Munition mehr. Ja, das war nicht so gut. eine Vierer-Kombo ist jetzt nicht unbedingt viel, ha? Wo ist denn der andere mit den Raketen? Da. Und weg ist er. Und weg ist er. Und weg ist er. Der ist auch weg. Was machst du denn da? Wieder der Schild. Das ist toll. Ich mache jetzt einen Scheiß-Wall-Ride hier. Danke. Und weg ist er. Aber jetzt wieder nur eine Zweier-Kombo. Komm, mach den Schild da weg. Keine Munition. Gar keine Munition mehr. Warum denn schon wieder nicht? Mach dann halt mal was hier. So. Einen Trick machen. Wunderbar. Das hat nicht so viel gebracht, ha? Ist schon... Munition schon wieder leer. Gibt es auch nicht. Ja. Sehr gut. Für den habe ich immer noch keine Munition. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? So. Nochmal den hier. Munition wieder. Wie... Also... Sehr unglaublich. So. Nochmal. Also in unter 2 Minuten 35 ist schwierig. Ich muss jetzt aber noch ein paar von den Minen erledigen. Sehr gut. Gib mal ein bisschen Leben hier. Der gibt nichts. Hier ist wieder leer. Warte mal. Sehr gut. Der ist weg. Zu langsam. Sechser Combo. Siebner Combo. Machen wir mal so ein Melancholy. Achter Combo. Wunderbar. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Das zählt wahrscheinlich nicht zu einer Combo, ne? Ne. Okay. Ne Neuner. Ja. So ist super. Okay. Okay. Ich habe die Minen getroffen. Das ist gut. Ne Elfer Combo. Den treffe ich nicht mehr. Neuner. Sehr gut. Dreizehner Combo. Vierzehner. Komm, schieß. Da ist sie, die 15er Combo. Jetzt habe ich einfach nicht drauf gehen, ne? Ne 17er. Geht's jetzt aber ab, du. Geh mal weg da. Perfektes Ausweichen. Das ist super. Zack. Oh, das ist ja nicht tot. Jetzt ist er. Nein, ihr habt keine Munition mehr für die Pistole. Das gibt's ja nicht. Wunderbar. Gut ausgewichen. Das ist jetzt nicht so gut. Da muss ich irgendwie anders hochkommen. So. Jetzt müsste ich genug Herausforderungen abgeschlossen haben, oder? Hoffe ich zumindest. Sieben von zehn. Ich habe, glaube ich, nur zwei weitere. Es fehlt immer noch eine. Da habe ich die Rekordpunktzahl von der einen. Oh, sagt mir nicht. Wegen 500 habe ich's verkackt. Sagt mir einfach nicht das. Okay, wegen 11.000. Hier habe ich zum Beispiel auch nur vier Herausforderungen. Eliminiere drei Warheads mit der Doppelpistole. Alle fünf Kombo-Marken. Sniper mit einem Druckschuss. Während der Nosegrind-Ausführung einen erledigen. Okay. Ja, das kriegen wir hin hier. Der Nosegrind ist eh nach oben. Okay. I'm ready. Okay, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Gut ausgewichen. Warte mal, was ist da? Beim Melancholy. Das ist F und nach rechts. Die Marken habe ich alle? Nee, die habe ich auch nicht alle eingesammelt. So. So, zeig mir mal so einen Warhead. Da ist zum Beispiel gerade einer gewesen. So, super. Erledigt. Da, mal den hier. Ja, scheiße. Aber ein bisschen zu langsam. Ich muss nicht die Gesundheit zurückholen. Sehr gut. Und dann hier. Nicht getroffen. Warum denn nicht? Muss ich hier auch eine bestimmte Kombo durchführen? Nee. Hä? Melancholy. Rechts und F. Ja, das habe ich doch gemacht. Oder was ist denn jetzt sein Scheißproblem? Sehr gut. Huntergrind. Okay. Wiederer Cut. Super. Bullshit. Ja. Mach ja nicht dein Schild. Ähm. Elimiert drei Warheads mit der... Ja, aber die Warheads sind doch... Sind doch die, oder nicht? Oder ist das so eine? Keine Ahnung. Ich erledige jetzt einfach alle, die ich finde mit der Pistole. Bis auf die Sniper. Da ist ja klar, dass es... Sniper sind. Ja, das war gar nichts. Okay, das war nicht der auf dem Ski-Lift. Okay, der ist ja da drüben. Auf der Säule. Ah nee, das... War das nicht der auf der Säule? Ah nee, das ist der da hinten. Okay. Sehr gut. Ja, okay. Das war gar nichts. Melancholy. Aber... Ich habe das Ding nicht getroffen. Und das ist scheiße. Da ist ja der Druckschuss. Und das ist Level auch beendet. Wunderbare Sache. Der Skiwettergipfel. Aber jetzt... Äh, wie viel? Nicht, aber nichts. Hä? Drei Warheads. Nur mit der Doppel... Ah, nur mit der Doppelpistole. Aber den Sniper habe ich doch jetzt mit dem Druckschuss. Ah, von oben. Ach, come on. Dann machen wir es halt nochmal. Machen wir den Skiwettergipfel nochmal. Äh... Keine persönliche Bestleistung. Ah, ist das nervig, du. Ist das nervig. Ja, dann halt nochmal. Wunderbar. Wunderbar. Dann sammeln wir die Marke ein. Das hat nicht geklappt. Super. So, wo ist er jetzt? Hier ist ein Warhead. Okay. Ich brauche Munition. Und dann weiter geht's. Hier mit der Pistole. Sehr schön. Uh, nicht gut. Okay. No Scrap. Ja, das ist nicht viel. Schade, gibt's hier keinen Nahkampf. Das würde alles nochmal ein bisschen, äh, spicy machen. Sehr gut. Äh, dann ist... Ah, shit. Warum falle ich immer runter? Schön ausgewichen. Komm schon. So, jetzt haben wir die Herausforderung. Geht doch. Ja, geht doch. Ja, okay. Das war gar nichts. Das mit dem Druckschuss wird auch nicht so einfach, ha? Jetzt hab ich's immer noch nicht geschafft mit dem Melancholy. Warum geht das nicht? Der macht jetzt seinen doofen Schild. Soll er nur. Wieder ein Sidewinder. Wieder ein Schild. Und wieder aus der Bahn. Ah, guck mal. Jetzt hab ich sogar noch die Dingens mit der Melancholy fertig. Bisschen Gesundheit einsammeln. Dann den erledigen. Das ist gar nichts. Machen wir's halt so. Zack. Erledigen. Runterfallen. Perfekt. Jetzt müsste noch einer übrig sein, ne? Genau. Ich fall natürlich wieder runter. Ne, sogar zwei. Da. Und dann noch der Sniper. Dann machen wir so, ja. Fertig. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, ob ich die 290.000 Punkte erledigt habe. Ich glaube nicht. So, Chibeta-Gipfel. 6 von 10 Herausforderungen. Doch, ich hab die... Ja, ne. Das ist gar nicht hier gewesen. Das hab ich vorhin schon gemacht. Wie viele Punkte hab ich denn gemacht? Ist das eine persönliche Beste? Wahrscheinlich nicht. Ne. Naja. Auf jeden Fall haben wir das Viertelfinale freigeschaltet. Okay. Dann hab ich zu sagen, das Viertelfinale machen wir morgen. Für heute ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.